Leider kann ich euch ab diesem Part im Let's Play keine Rahmen mehr zwischen den Cutscenes bieten. Das tut mir leid, ich habe es jetzt mehrfach versucht, meine Videos zu rendern. Sie sind teilweise einfach durch mein Renderprogramm mehrfach abgeschmiert, wenn ich die Rahmen bearbeitet habe. Mein Programm kommt da irgendwie nicht mit klar. Wenn ich es ohne mache, klappt es ganz normal und tut mir leid, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ich habe es jetzt wirklich viermal versucht bei diesem Part und das muss jetzt auch reichen. Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm, ich fand es nur schöner mit Rahmen. Leider geht es jetzt nicht mehr. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und jetzt viel Spaß weiterhin. Was machen die da? Ah, da ist ein Schalter für dich. Wieso wirst du zu mir geportet? Weil ich immer zu dir geportet werde. Oh, da ist eine Pistole. Ich kriege eine normale Pistole. Ich mag mal eine normale Pistole. Oh, ich wurde eingeeist. Warte auf mich. Nein, komm her. Mein süßer kleiner Pikachu. Au, ich wurde auch eingeeist. Au. Das tut weh. Tut es? Ich glaube schon. Ich will nicht... Nein. Mach hin, ich will zu dir geportet werden. Du warst doch schon tot. Nein. Da unten ist Boden, okay. Kannst du mal dagegen schlagen? Ich kümmere mich um den hier rechts. Kümmer du dich doch um den links, den rechts. Geht nicht, weil die Kamera auf dir ist. Hä? Du kannst trotzdem gegen den schlagen. Nein, kann ich nicht, weil ich ihn nicht sehe. Du musst dich doch nicht sehen, um kämpfen zu können. Stängi unfähig. So, komm. Die Teile sind nur offen, wenn das Licht aus ist. Hey, hey. Oder doch nicht? Hey. Ja. Gehst du weiter? Da ist ein Schalter, sonst schließt sich das gleich. Wow. Wow. Das war recht knapp. Warte, ich will ihre Rettung ausbrühen. Okay, das ist sowas. Okay. So, jetzt sehen wir sie. Jetzt können wir sie töten. Wenn wir seht, wir können Kettler oder wir gehen einfach runter. Yay. Wow. Geh durch die Tür, auf die gezeigt wird. Ja, ja, okay. Da war aber noch eine andere, eine Bonustür. Tja. Man kann nicht alles haben. Doch. Ich habe eine Freundin und kann so viel suchten, wie ich will. Weil sie mitmacht? Nein, weil ich Chloroform habe. Aber das ist ihr Anzug. Ich finde sie ohne Anzug viel besser. Kann sie nicht einfach ohne Anzug bleiben? Nein. Und red lauter. Du redest nur... Das soll ja niemand wissen, dass ich sie heiß finde. Ach so. Wie heißt der Anzug? X. Das ist aus Metroid Fusion. Das ist mit dem... Ich weiß nicht, wie der Anzug heißt. Es muss sein. Der hat einen besonderen Namen, der Anzug. Aber ja, der ist halt befallen. Womit? So ein Klon von ihr. So ein Befallener. Ach so, ich bin Pikachu. Ja. Ich spiel jetzt nur so. Nein. Das wäre langweilig. Wo bist du? Tot. Mal wieder. Ich verprügelt die hier gerade gut. Irgendwie habe ich glaube ich... Entweder nutze ich irgendeinen Bug aus oder sonst was. Ich weiß nicht. Ist einer jetzt tot? Nein. Jetzt sind sie beide tot. Nein. Nein, ich wollte B nach unten. Ja. Hey, hey. Angeben. Du. Mich hat der Boden getasert. Mit meinem Po. Oh, sie soll ohne Anzug bleiben. Jenny, das sei nicht so notgeil. Entschuldigung. Ich bin deine Freundin. Was soll ich denn sonst machen? Samus hat sie alle... Samus. Ich versuche Samus mit Anzug spielen. Die macht viel mehr Spaß. Weil die viel, viel stärker ist. Du bist Pikachu. Pikachu ist voll cool. Ich fand sie ohne Anzug blöd, hast du gesagt. Ich finde Shiggy viel cooler. Pikachu ist nicht so mein Typ. Und warum schlägst du die falsche Richtung, Pikachu? Mach sie fertig. Du bist doch jetzt Samus mit Anzug. Ach so. Okay. Komm. Oh, Leute. Ich habe einen Samus Screwtec eingesammelt. Das ist lustig. Das ist lustig, weil es ihr Item ist. Komm mit. Nicht den Boden kaputt machen. Ich verstehe die Logik. Nein. Ich ignoriere sie aber komplett. Ah, du hast mich getötet. Dann habe ich nicht. Du kannst es mir nicht nachweisen. Au. Au. Nein. Wieso bist du mir hinterher gesprungen? Ja, weil ich nicht hinterher gepautet werde. Ach so, das war auch... Ich dachte, äh... Wieso hast du ja Rettung nicht gemacht, du dummes Stück? Oh. Au. Da wird man zerdrückt. Ich dachte, man muss sich da oben ducken. Hä, wenn du tot bist, sind wir beide tot? Wie unfair. Nein, wir hatten kein Leben mehr. Ja, hättest du aber einfach sterben müssen und ich alleine weitermachen können. Ich habe immer das letzte Leben. Aber scheinbar funktioniert das nur, wenn Spieler 2 stirbt. Wie unfair. Was war das? Eine Bombe. Das hat weh getan. Die lag da rum. Oh, ich kann auch Bomben machen. Genau. Kann ich mich damit auch hochbauen? Nein. Jetzt kommt man nur in den richtigen Metroid-Spielen. Komm einfach durch. Ich will das nicht nochmal machen. Wieso? Wow. Du willst uns wieder umbringen. Da ist kein Boden. Warte. Ich glaube, ich warte einfach hier und lasse mich hinterher vor. Ja, mach doch. Ah, ich bin tot. Das fand ich gut. Ja. Was ist das? Ich verstehe teilweise nicht, was passiert. Ah, das ist ganz kompliziert, wenn man ganz viele unterschiedliche Charaktere auf einmal spielen muss. Da rein, da rein, da rein, da rein. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Was ist das? Ich weiß nicht, ich will drauf gehen. Cool stuff. Ich wollte da hin. Aha. Oh, ein Schienen-System. Jetzt bin ich tot. Warum musst du tot? Weil du mich die Hürde hast. Habe ich nicht. Doch, du tötest mich immer, indem du einfach nicht mitkommst. Hey, du solltest doch nicht drauf sein. Hier müssen wir kämpfen. Wir konnten nicht weiter. Du bist ja den Tod gefahren. Du hast mich in den Tod fahren lassen. Du bist einfach nicht weggegangen. Was kann ich dafür? Du bist mir auch für alles schuldig. Ja, ich bin eine Frau. Ich darf das. Nein, bist du nicht. Und nein, darfst du nicht. Ich bin keine Frau? Nein. Das war eine Lüge. Oh. Au, Rob, hör auf. Ich hab dir nie was getan. Oh, ein Leben. Ein Leben. Ich will nicht wiederkommen. Mach du das mal. Du kannst das eh besser als ich. Du kannst auch gar nicht wiederkommen. Achso, doch. Du müsstest jetzt Beitritt drücken. Ja. Ach, du kommst gar nicht automatisch wieder. Oh. Ja, wo soll ich wissen, dass man dann den Tod fällt? Das hat man gesehen, weil er es nicht weiter runtergescolt hat. Oh. Na doch, jetzt muss ich Pikachu spielen. Den kann ich ja so gut. Äh? Oh, mein Pikachu. Pika? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich glaub, du hättest jetzt da raufspringen müssen. Wo? Oben. Nein. Nein. Aber du bist glorreich gestorben. Nein, bin ich nicht. Hä? Das ist total dumm. Ich mag diese Stage nicht. Das scheint mir bisher die Blödeste zu sein. Die ist wie du. Hä? Blöd? Nein, hässlich. Du auch. Hässlicher Super. Ah, jetzt dürfen wir aber von hier nochmal anfangen. Komm mal hoch. Ich werde eh geportet. Geil. Nein, 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 nein. Nein! Achso, doch, wie muss man? Hä? Ich bin doch runtergegangen. What the? Achso, ich fall ewig. Ich finde es wirklich unfair, dass die Kamera auf dir bleibt. Ja, ich dachte, das wäre ein Bonusweg vorhin gewesen. Da oben kommt man aber nicht wissen, dass es nicht mal weitergeht irgendwann. Moment, mein Auge juckt. So. Nehmen wir den? Hä? Nein. Du hast mich gerade runtergeworfen, indem du dich zu mir geportet hast, doch. Da kann dich aber nichts dran ändern, dass ich zu mir geportet werde. Doch, doch. Du könntest sterben. Wir machen Rob fertig. Rob ist an allem schuld. Jetzt sind wir wieder hier. What the? Okay. Jadie, du hast eine sehr langsame Reaktionszeit. Ich bin kein Pro-Gamer wie du. Ich auch nicht. Nein, ich bin nur sehr, keine Ahnung. Ich weiß, wann zumindest ich reagieren muss. Das haben wir jetzt drei oder vier Mal gemacht. Also die Stelle. Oh, ich sammle Screw-Attack ein. Das ist super. Einleben. Oder müssen wir vielleicht nach unten? Wir müssen hierher. Ich dachte, vielleicht nach unten. Du musst noch dieses Dings drauf. Ja, ich dachte, vielleicht nach unten. Das wäre doch lustiger gewesen. Oh, jetzt musst du da drüber. Und gehst da runter. Ja, okay. Ich trau dir einfach mal. Das ist doch teilweise einfach Glück. Und gehst da rüber. Da war ich vorhin auch. Da bin ich gestorben. Und gehst da rüber. Nein. Äh, wie wollte ich gestorben? Schon wieder. Wieso bist du auch gestorben? Äh, weil ich nicht hinterher gepostet werde. Selbst wenn ich in der Luft bin? Ich dachte, nur wenn ich auf Boden bin oder sowas. Nein, ich werde dir immer hinterher gepostet. Das ist ja asozial. Da natürlich. Ja, aber nur ein Bonus. Ja, war eben ein Bonus. Bonus. Ich will kein Bonus. Ich will das Level schaffen. Also. Krüger. In die Richtung. Runter. Hey, ich bin doch gehüpft. Sie hüpft irgendwie so, als wäre sie in Space. Keine Ahnung. Für den coolen Anzug. Der macht aber keinen. Oder doch, wenn sie den Gravity Anzug anhört. Also, dass ihr kein Gravity kennt. Der fährt auch nur los, wenn ich da hoch bin. Wenn du drauf bist, fährt er nicht los. Du bist ja auch Player One. Okay, jetzt sind wir weiter als bisher. Ich bin so wichtig. Oh, 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 da. Oh ja. Kostet's. Hallo Pikachu. Yeah, wir haben es geschafft. Ja, so Pikachu ist auch so eine richtig geile Kombination einfach. Ich glaube, wir müssen hier alle Teleporter einfach machen. Nein. Manche sind einfach... Jetzt habe ich da. Was ist da oben? Warte, da oben möchte... Oh. Ich möchte gucken um... Aua. Ja, aber ich halte um. Ich wollte wissen, ob man da oben einen Wandsprung machen kann. Äh. Ich kann nichts dafür. Die Teile machen mich Eis. Ich habe sie tot gemacht. Okay, da kann man, glaube ich, keinen Wandsprung machen. Aber die haben Essen gedroppt. Ja, dass ich den nötiger gebraucht hätte. Ich habe es genommen. Oh, gewohnt so. Ich mache einfach durch den Screw-Attack bei ihm. Da ist er gleich tot. Bäm. Screw you. Mach den fertig. Hab ich doch. Oh. Ich stehe schon richtig. Ach nee, es gab zwei. Okay. Oho, cool. Cool stuff. Die fliegen so lustig durch die Gegend. Ich habe es geschafft. Ja. What the... Nein, holl ab. Da geht's. Okay, da geht's weiter. Aber Essen. Okay, da... Okay. Ich habe es geschafft. Glaube ich. Hä? Das ist sauverwirrend. Okay. Jetzt sind wir wieder hier? Ja. Wie kommen wir denn jetzt da durch diese Tür? Wahrscheinlich jetzt, indem wir hier die andere nehmen. Nee, die bringt uns einfach nur so. Hä? Genius ist sehr verwirrend. Ja. Ich glaube... Vielleicht müssen wir irgendwo einen Schlüssel einsammeln. Hier ist aber nirgends einer. Glaube ich. Vielleicht... Warte, hier müssen wir jetzt einfach springen. Hier müssen wir springen. Ja. Hier ist ja noch... Nein, geh mal zurück. Ja, das ist das einfach wieder zurück. Hä? Geh doch mal zurück jetzt. Warum? Da ist doch diese Plattform hinterher. Und dann müsst du vielleicht einfach drüber springen und... Ja, das meine ich doch. Aber ich dachte... Hä? Irgendwo ist man doch runtergefallen auch. Also irgendwo war doch automatisch runterfallen. Nein. Ich wollte eh... Ich wollte ein normaler links schießen. Da musst du jetzt einfach rum drüber und nicht da durch den Peter-Leporter. Ich war... Nein! Da hättest du rein müssen. Geh du... Ach, du kannst ja nicht rein. Ich kann nicht. Warum stirbst du dann? Töte dich doch nicht. Da musst du jetzt rein. Nein, doch nicht. Du musst jetzt warten und dann da rein. Anstatt dass du da oben stehen bleibst einfach. Du tötest dich direkt. Du bist sehr... Aha! Und jetzt müssen wir ganz zurück. Nein, jetzt müssen wir einfach nur hier rein und dann durch... Da oben. Dann waren wir glaube ich schon zu... Da oben meine ich guck. Da war so... Verdammt! Jetzt müssen wir hier rein. Nein, jetzt ist sie offen. Ich hab's verstanden. Wie du warst nur jetzt so schwer. Willkommen. Hab beide gegessen. Toll. Weil ich dich nicht mag. Nein, weil du 117% hast. Das ergab keinen Sinn, weil dann hättest du sie eigentlich bekommen müssen. Egal. Gegen wen kämpfen wir? Kämpfen wir gegen Riddler. Ridley. Ja, wir kämpfen! Echt gegen Ridley. Wie geil. Ja. Ridley. Einer der Bosse im Metroid spielen. Einer der Stand... Das passt irgendwie nicht zu ihrem tollen Anzug. Wieso? Dass es so ein Rolfiech ist. Das ist so lustig. Das ist Ridley. Sie wird vor der Wand hergedingt. Wir kämpfen echt gegen Riddler jetzt, oder? Oh Gottchen, das wird schwierig. Wo ist er? Warum fliegt er? Das ist unfair. Kann ich nicht schießen, oder so? Doch, mal klar, kannst du mal einfach B kannst du, äh... Hoch springen, oder? Ich bin gar nicht mehr Fox, ich kann ja nicht so oft schießen. Au! Sie wischen uns, es wischen uns den Boot auf. Ich treffe es die ganze Zeit. Echt jetzt? Cool. Ich versuche ihn gerade mit, äh... Screw-Attack ordentlich einzuhalten. Ich will keine Hasen holen. Das ist sehr nervig, dass er so jedes Mal wieder irgendwas nach Pikachu sagt. Pika? Pikachu! Nein! Du kleiner Müttenmensch. Mach da einfach Donner unter ihm die ganze Zeit. Geht denn Donner? B nach unten. Immer noch. Oh, das ist cool. Nein! Du sollst es aber trotzdem ausweiten. Mach ihn fertig! Du bist doch wieder da. Oh, ein Fußball. Nein. Rein nach unten und B. Nein! Du läufst komisch. Ich habe mich direkt durch die Rettung. Au! Ich bin gestorben. Stirbt mal nicht. Fertig. Ich wollte das Teil genau dann zum Explodieren bringen, wenn Ridley da ist. Jetzt hast du es in die Luft gejagt. Vollgegangen. Aber wir haben ihn fast besiegt. Ja! Juhu! Ha! 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 Ich habe eine coole Pose gemacht. Wir sind hier auch richtig cool. Oh, wir haben später 17 Minuten Aufnahme. Ja, egal. Das macht Spaß. Also, mir macht es Spaß. Macht es dir auch Spaß? Oh nein, jetzt kommt noch eine von diesen blöden Weckern. Macht es dir auch Spaß? Ja, es macht Spaß. Dann sag das auch, damit die Leute wissen, dass ich den nicht zwinge. Rasender Rainer! Er heißt eigentlich nicht der Rasende Rainer, aber egal. Doch, doch. Doch, doch. Äh, speichern. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Ich hoffe, es hat euch wie immer unterhalten und gefallen. Beim nächsten Mal geht es weiter mit mir, dem Vogelhund. So, dann wunderschöne Freundin Jenny. Auch bei der Hand unter dem Namen. Tschüss. Was? Ja. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.